Im ersten Video meiner Serie zu Wasserstoffanlagen habe ich mich schon mit der UVP-Pflicht beschäftigt bzw. einen kleinen Überblick über die Genehmigung dieser Anlagen gegeben. Heute möchte ich mich etwas genauer mit den einzelnen Materiengesetzen auseinandersetzen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist David Sucheneck von der Umweltrechtskanzlei Niederhobe & Baden-Amit-Sitz in Wien, Salzburg und Graz. In meinem ersten Video zur Serie der Genehmigung von Wasserstoffanlagen habe ich einen Überblick gegeben und mich insbesondere auch noch mit der UVP-Pflicht von Wasserstoffanlagen beschäftigt. Heute wollen wir uns aber ansehen, wenn man eine UVP-Pflicht verneint, welche Genehmigungsmaterien dann zur Anwendung gelangen. Wie schon in meinem ersten Video erwähnt, liegt natürlich einmal auf der Hand, dass Wasserstoffanlagen nach dem gewerblichen Betriebsanlagenrecht zu genehmigen sind. Dort können sie entweder als Neugenehmigung oder als Änderung einer bestehenden Anlage genehmigt werden. Es ist natürlich auch denkbar, dass Wasserstoffanlagen zum Betrieb von Abfallbehandlungsanlagen eingesetzt werden. In diesem Fall gilt das Gleiche, was ich zu gewerblichen Betriebsanlagen gesagt habe, nämlich dass man es möglich als Änderungsverfahren dort genehmigt. Abgesehen davon stellt sich natürlich auch noch die Frage, ob nicht ein Zusammenhang mit einer Elektrizitätserzeugungsanlage vorliegt, dann käme zum Beispiel nicht die Gewerbeordnung zur Anwendung, sondern die Landeselektrizitätsgesetze der Länder. Also Sie sehen schon, es ist relativ komplex und man muss sich die Anlagen wirklich im Einzelfall individuell ansehen. Zusätzlich natürlich sollte man beachten, dass solche Anlagen einen Wasserbezug haben werden beziehungsweise Abwasser erzeugen. Das heißt, die maßgeblichen Tatbestände des Wasserrechts zur Wasserbenutzung und zur Indirekteinleitung sollte man beachten. Darüber hinaus kann es natürlich sein, dass man die Anlage in der freien Natur, sage ich jetzt einmal, errichtet. Dann könnte eine Rodungsgenehmigung nach dem Forstgesetz erforderlich sein oder auch nach den Naturschutzgesetzen der Länder könnten bestimmte Tatbestände angesprochen sein. Hier gibt es ja zwar Unterschiede zwischen den Bundesländern im Regelfall, aber sind bestimmte Eingriffe außerhalb des Ortsgebiets oder im Grünland, je nachdem wie das definiert ist, auch hier bewilligungspflichtig. Nicht ganz vergessen sollte man natürlich auch auf den Artenschutz, der ist natürlich unabhängig vom Vorliegen eines Ortsgebiets oder auch nicht. Und abschließend ist natürlich auch noch darauf hinzuweisen, dass eine Widmung erforderlich sein kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017